Ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 3. Februar 2023 und wir bekommen heute die berufliche Veränderung. Erzengel Samuel, deine Lebensaufgabe löst eine segensreiche berufliche Veränderung. Ja, vielleicht beginnst du bald einen neuen Job oder du wirst dich anderweitig beruflich verändern. Das wird heute sehr, sehr gut gelingen, auch wenn du dich nur dafür entscheidest, dich beruflich zu verändern. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss!